Hallo und willkommen zurück zu Let's Play in Famous und wir haben jetzt beim letzten Mal die Information bekommen, wo sich Sascha aufhalten könnte und das wollen wir uns natürlich mal etwas genauer ansehen. Jetzt müssen wir aber anscheinend hier aufs Dach. Begegnen wir ihr jetzt? Besiegen wir sich vielleicht sogar? Keine Ahnung, soll sich hier in den Tunnel befinden? Abendessen mit Sascha. Na sicher, wie komme ich denn auf das eingezäunte Gelände? Kriegt das hier so auf? Na sicher, kriege ich das hier so auf? Ah! Na sicher, na sicher, na sicher, na sicher! Ich dachte wir müssen da schnell rein, wenn ich das Tor wieder schließe und dann... Da der Eingang blockiert ist, müssen Sie einen Weg dort hinunter finden. Am besten, Sie gehen auf das eingezäunte Gelände und versuchen, das Tor zu öffnen. Rock'n'Roll! Na sicher, ähm... Okay, war also... Einfacher als gedacht, das Tor bleibt offen. Okay. Nimm das, geht nicht. Okay, dann nehmen wir erst mal das. Oh nein! Uh! Ah, der MG, okay. Was hältst du da von, MG? Okay, dann müssen wir uns mal ein bisschen aufladen. Okay, den haben wir. Nein! Huh! Mehr Strom. Mehr Strom. Oh, jetzt ist da ein neuer Feuer-Duo dran. Ich werde mich verarschen. So, hier. Da oben kannst du mich auch mal. So. Okay. Mehr Strom. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen schummelt ist, aber ich meine, das Spiel erlaubt uns das ja so. Wir könnten ja auch jedes Mal wieder da unten hinrennen, da war ja so ein Stromkasten. Aber das war mir jetzt so anstrengend. So, wo ist denn der Typ? Am besten liegt er hinter dieser Strombalken. Jawohl, äh, Strombalken. Metallbalken. Oh, da ist noch so ein Schütz. Okay, das will ich wohl nicht so schlecht aufgeben. Wäre mir egal. Ich treffe den schon. Eigentlich wollte ich jetzt nicht nach oben, aber gut. Puh. So viel dazu. Okay, lass mich hier mal hoch. Und gib mir das Ding ins, was da dran hängt. Nein! Okay, so kriegen wir es auch. Sehr schön. So weit, so gut. Wir müssen jetzt irgendwie in die Tunnel rein. Oder in den Tunnel rein. Dafür müssen wir das Tor öffnen. Hier gibt's nur Strom. Wie können wir denn das Tor öffnen? Gibt's hier irgendwo einen Scheiter? Gibt's da oben irgendwo einen Scheiter? Wie hier oben? Süß und leckerer Kumpel. Endlich bist du gekommen. Ich habe es. Seht dich auf dich. Sei bloß still. Okay, siehst du es immer noch in unserem Kopf, obwohl wir uns das Zeug abgewaschen haben. Das ist nicht so schön. Aber dann verwenden wir erstmal hier den Hebel. Wir können rein. Wir können zu Sascha. Ja, erstmal wartet eine Gesellschaft auf uns. Ups. Jetzt wird das Tor aber nicht dazu, oder? Was wollte ich da aber nochmal? So, guten Tag. Guten Tag. Was von wo, von wo, von wo? Strom. Von da. Danke. Ich bin der Strom. Ja, ich kann es aber nicht spüren. Also, du spürst, du kriegst etwas komisches, was ich nicht spüre, wie gesagt. Ah, hau ab. Wieso willst du mich eigentlich umbringen mit deinen komischen Soldaten, denn du mich doch angeblich so liebst? Hier geht mir echt nur das kraftlos. Na ja, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab. Nein. 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 Das Geschicksmiss ist noch attraktiv. No, das lief immer besser. Was denn? Nein, das ist unmöglich. Du lügst. Ich lüge? Oder der lügt? Wer lügt? Der braucht eigentlich eine neue Fähigkeit, oder? Können wir den nicht auch mal anwenden? Wie lüge die denn nochmal? Das habe ich mich selbst überbracht. Ja, richtig super. Haar, ich weiß nicht mehr, wie das ging. Die konnten doch ranzoomen oder sowas. Ach, das war damit. Ja, genau. Ich erinnere mich. Da habe ich ein komisches Klingen aktiviert. Dann kriege ich das gar nicht heute. Nimm das! Dein bester Freund. Wir sterben jetzt eh. Ja, wir sterben jetzt eh. Aber der war doch eben nicht da, dieser Selbsttäter gleich am Eingang, oder? Oder hatte ich den nur sofort erledigt? Oh! Der scheint wohl doch da gewesen zu sein. Hier geht mir echt auf die Nerven. So, um. 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 Okay, versteckt. So, nehmt du das. Das kriegst du nicht so lustig, ne? So, drauf gehen. Nur was, was drauf gehen gehört. Ach, du Kacke. Okay. Leben. Warten, 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 warten. Och, nö. Strom. 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 Sehr schön. Willkommen schon. Verstecken. Okay. Dann erstmal um das Geschütz der Eingang. Und zwar genau um. Sehr schön. Neue Fähigkeit, wie gesagt, bringt mir sehr viel. Habe ich damals auch gesagt, dass sie gekriegt haben. Wie gesagt, als wir sie gekriegt haben, habe ich auch schon gedacht, dass die Fähigkeit sehr nützlich sein könnte. Leider habe ich danach wieder vergessen, dass wir sie haben. Und jetzt wird auch ein Täter stirbt. So, Conduit. Und das. Und das. Und wenn das Teil, das ging daneben, das ging auch daneben. Das hat getroffen. Puh. Jetzt haben wir aber absolut gar nichts mehr. An Strom. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen aufladen. So machen. So aus. Ja, das funktioniert. Sehr schön. Okay, ein Tor. Ein verschlossenes Tor. Kommen wir dann wieder rüber. Sieht so aus. Mäuer. Ich glaube, ich habe den Ort gefunden, an dem die Reeper gemacht werden. Hier sind Menschen in Käfigen gefangen. Maschinen sprühen sie überall mit Teer ein. Befreien Sie Seine und kümmern Sie sich dann um Sascha. Mit Vergnügen. Okay, befreien. Hallo, ich will dich befreien. Kann ich dich irgendwie befreien? Kann ich euch nicht befreien, Leute? Ist irgendwo ein Hebel oder sowas? Ich sehe sie nicht. Du siehst stolz, als du es schaustelst. Jetzt sehe ich alles Kissen. Alles. Mann, was ist dein Problem? Du bist ganz viel gerissen. Spielst dein Spielchen und Gelände. Du bist der Klauster von allen. Aber du kannst bezahlen. Oh ja. Hat sie uns eben Kessler genannt? Ich glaube, du verwechselst mich mit jemandem. Ah, so kriegen wir das Ding auf. Okay, ich verstehe. Die Schlösser anelektrisieren. Das noch. Das noch. Und hier haben wir noch einen. Hier in der Mitte sind auch ein paar gewesen. Einmal der hier. Einmal das Ding. Und einmal das Ding. Da war die komplette Seite hier noch. Oh, da sind auch noch... Nee, das ist nur so ein komischer Container gewesen. Gut. Dann einmal so. Einmal so. Dann einmal so. Einmal so. Das noch. Und du. Und der Käfig. Und als letztes noch du. Bitte sehr. Jetzt möchte ich aber auch eine Entschädigung dafür. Zum Beispiel, dass ihr mich alle mögt und feiert. Guten Tag. Die sind Reaper. Nee, ich kann dich so fesseln. Ich kann dich leider nicht halten. Okay, tut mir leid. Für euch kam ich wohl zu spät. So, sehr schön. Kann ich ihn mal noch fesseln? Vielleicht kann ich jemand anders helfen. Vielleicht bringt es ja was, wenn ich deine, naja, Befehlerinnen, deine Herrscherinnen besiege. Wobei ich, wie gesagt, noch nicht ganz glaube, dass wir sie jetzt schon, dass wir ihr jetzt schon gegenüber treten werden. Wo ist sie da runter? Sieht so aus. Naja, weil, dann wären die ja komischerweise diese ganzen Viecher hier weg, unsere Hauptgegner, oder? Die Reaper? Naja, keine Ahnung. Wir gucken mal nach. Schatz, was war los? War viel für Ki. Ich habe doch gesagt, du hast nicht die Brücke. Sie ist immer überführend. Zieh dich an. Wir gehen heute Abend. Das habe ich dir doch gesagt. Dummerchen. Du hast nicht die Brücke. Mist. Herr, wir werden mich zu bewirren. Jawoll. Okay, sind wirklich menschlich, scheinen sie nicht mehr zu sein. Ich weiß nicht. Nimm das. Nimm das. Zupfer aus dem Knochen der Nachbarn. Na, danke. Oh. Komm schon direkt zu mir. Ach, das ist wieder eine Halluzination. Wie geht das? Oh. Wieder eine Halluzination. Das ist etwas nervig, mein Lieber. Muss ich denn da die Halluzination angreißen, oder sie? Jetzt, da sie am Boden liegt, kann ich sie zu nahem bekämpfen. Nimm das. Oh. Hat nicht gereicht jetzt aber. Okay, wir ziehen hier diese komischen Dinge aus dem Körper. Wahrscheinlich ist das unser Ziel. Ich glaube, diese Wechselwirkung ist wirklich mit jemand anderem. Oh, 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 oh. Nimm das. Nimm das. Oh. Ich will sie töten. Ich bin nicht, Kessler. Mein Gott, ich bin krank. Schwung. Okay. Okay, auf sie. Verdammt. So, zwei Dinger hat sich noch, dass ich das da richtig sehe. Sorry, war so ein bisschen schlafen. Jetzt hat es wohl nur noch eins. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Oh, sie haben ja wohl einen Stromplasten. Selbst wenn Schiff hier ist einer. Ja. Ich weiß es nicht. Natürlich nicht. Aber du wirst du fliegen. Ach. Du wirst feiern. Wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie? Wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie? Böse und verrückt. Und wie ist sie jetzt? Werden meine Kräfte das gleiche mit mir machen? Meinen Körper und Geist verändern? Ist das meine Zukunft? Egal. Sie weiß auf jeden Fall von den Erstgeborenen und der Strahlenkugel. Ich muss etwas unternehmen und deswegen werde ich mit ihr sprechen. Und zwar jetzt. Sie waren schnell. Überall rauch. Sascha wurde rausgezogen. Wer auch immer sie waren. Sie waren Profis, für sowas ausgewählt. Es war keine Zeit zum Nachdenken. Überall tropfte Wasser herunter und alles brach zusammen. Ich konnte nicht zurück. Also lief ich. In die Slums von Worre. Was war los da unten? Ist Sascha tot? Schön wär's. Fast hatte ich sie besiegt, aber dann kamen Maskierte und haben sie geschnappt. Der ganze Tunnel ist eingestürzt. Das waren sicher die Erstgeborenen. Vielleicht haben wir Glück und sie töten sie für uns. Ja, hoffentlich. Es gibt in dem gesamten Bezirk keinen Strom mehr. Und ich kann kaum noch laufen. Ich werde die nächste Verteilerstation wieder anschließen. Okay, neue Gegnertypen. Haben wir so richtig mit dem Lippern zu tun? Eine lange Geschichte. Wollte nur sagen, dass ich in Warren bin. In Warren? Oh Mann, das Viertel war die Höhle schon vor einer Explosion. Ich will nicht wissen, wie es jetzt ist. Es ist nicht besser geworden. Das ist sicher. Ich rufe an, wenn ich weiß, wie ich nach Hause komme. Halt die Ohren steif, Cole. Ja, besser geworden ist es auf keinen Fall. Alter, wie viele kommen denn hier? Ja, genau, ich muss weg. Oh, ich muss irgendwie den Strom anmachen. Ich muss irgendwie den Strom anmachen. Am besten nur auf die Schienen, da sollten wir sicher sein. Wir sind jetzt in einem neuen Bezirk oder im neuen Bereich, oder was? In Warren. Okay, auf jeden Fall erstmal weg hier. Der Farm wohnt unendlich von den Viechern. Das hört zumindest erstmal so aus. So, nächste Story. Also Sascha ist entkommen, wurde von den Erstgeborenen zurückgeholt. Hat uns komischerweise für Kessler gehalten. Warum auch immer, keine Ahnung. Und ich glaube, das war die Übersetzungsfehler. Er hat gemeint, sie war vor der Explosion bösartig und was weiß ich. Und sieh an, was er jetzt geworden ist. Ja, sie ist immer noch bösartig. Also, ich glaube, es sollte anderes anderes heißen. Sie war vor der Explosion nicht bösartig und sieh an, was jetzt geworden ist. Also, sie meint, dass es unseren Kräften dasselbe wird, wie aus ihren. Also, gestrandet. Ich habe in der Natur überdommen. Einige Tage vor der Explosion haben sich die Obdachlosen dort zusammengeschlossen und das Viertel unter ihre Kontrolle gebracht. Sie nennen sich das Men. Das erklärt wohl, warum sie alle Mülltüten tragen. Ich befürchte, dass ein extrem mächtiger Kunde mit ihr Abführer ist. Man sollte sie also nicht unterschätzen. Verstanden. Ein extrem mächtiger Konduit. Ich dachte, Konduits wären nur diese Viecher. Und ich dachte, Konduit wäre Konduit. Es gibt aber auch wohl mächtigere davon. Und der ist ein ganzer Anführer von so einer Truppe? Okay, auf jeden Fall sind das die Dustmen. Das sollte ich mir merken. Wir haben jetzt wirklich eine neue Gegnerart hier. Also, meine Wünsche haben sich erfüllt. Wir haben nicht nur die Reaper als Gegner. Ach was. Können wir jetzt schweben? Na, das könnte das Ganze ein bisschen erheblich einfacher machen. Oh ja. Das ist ja mal eine richtig Hammerfähigkeit. Das Beste könnte ich mir jetzt gar nicht wünschen. Wo sollen wir denn hin? Darüber? Okay, übrigens, wir schlafen jetzt mal nach oben. Ein bisschen Licht nach oben. Hilfe! Hilfe! Okay. Ah, da geht's dann. Okay. Nutzen wir das mal. Und dann nutzen wir das nochmal. Alter, das ist eine nützliche Fähigkeit. Das Beste, was wir bislang hatten. Hallo? Ach so, da muss ich mit der Granate machen, ne? Ich denke mal, da ist der, der am besten am Boden bleibt. Jawohl. Stürb. Ach du Kacke, da im Wasser sind auch welche. In dem Wasser sind viele. Hilfe! Geht alle drauf. Das kann nicht wahr sein. Wie viele waren denn da? Ich habe überhaupt nichts gesehen. Ich habe nur gesehen, dass es überall explodiert ist. Oh, jetzt habe ich gut hier auch mal für Karte. Ja, da ist ordentlich was los. Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich da durchkommen soll. Nein, es war da oben nicht offen. Das war getroffen. Das ist auch getroffen. Okay. Ich brauche Strom. Der Strom ist leer. Da ist der Strom. Okay. Den hitzen wir. Ist da daneben? Ist da auch daneben? Jetzt hitten wir den aber auch. mehr Leute ausschalten. Mehr Leute ausschalten. So. Und noch. Tschüss. So. Strom. Zu dem und so viel zu dem. Sehr schön. Okay, wo lang jetzt? Darüber. Sehr schön. Also bislang glaube ich, die Fähigkeiten werden ja immer besser. Erst dachte ich, die Granate wäre super genial. Dann kam dieser komische, ja, Sniper-Schuss, sage ich mal. Jetzt können wir auch noch so schweben. Das überrascht mich immer mehr und mehr. Habe ich jetzt nicht ganz verstanden, was ich damit sagen wollte, aber gut. Wir gleiten einfach mal weiter. Nein. Okay. So. Nach oben klettern. So. Dann haben wir so auch welche Raketenwerfer gefunden. Ich bringe auch wesentlich mehr Erfahrungspunkte. Wieso kommen wir da nicht hin? Oh mein Gott. Huh. So. So. Und Strom tanken. Rüber. weiter. Sehr schön. Wo lang jetzt? Warte nach oben, okay. Warte nach oben, Cole. So. Okay, das ist ziemlich weit nach oben. Ich glaube, das ist sogar ein Ausgang, aber ich glaube, den sollten wir noch nicht nutzen. Ne, wir müssen hier hin. Ist echt extrem gut gemacht, hier diese Untergrundsequenz. Und jetzt auch noch mit dem Gleiten. Ist ja die Fortbewegung schon fast besser als bei Spider oder Batman. So. Dann mal hier durch. Mal hier drauf. Und dann mal da drauf. Und dann mal weiter. Das ist ja sogar ein Ziel. Da sehen wir uns doch das Ding, das ich immer aufladen muss, oder nicht. Ich hoffe, dass wir es da rüber. Oh ja. Ich hoffe, dass wir es immer weiter, als ich es mir selber zutraue. Aber das ist wohl das, was uns interessiert. So, schalten wir den Strom mal wieder an. Dann haben wir auch ein bisschen Chance da oben auf der Straße. Sehr, sehr schön. Und der Strom ist wieder angestrandet. Haben wir geschafft. Sind wieder heldenhafter geworden. Warum auch nicht. Und ja. Schauen wir uns mal das an. Oh, hier gibt es so zwei Stromdinger. Oder maximal drei. Oh, erinnerst du dich an Dwight? Ich habe seine Schwester getroffen. Sie meint, er sei in Schwierigkeiten. Ich wollte wissen, ob du ihn suchen kannst. Dwight? Hat der nicht dein Auto geklaut und auseinandergenommen? Ja, er ist ein echter Chaot. Aber ich stehe schon ewig auf seine Schwester. Und du würdest mir einen riesigen Gefallen damit tun. Und du meinst, wenn ich Dwight finde, belohnt sie dich? Mann, ich kann mir hier aus nichts machen. Sie sagt, sie hat Dwight das letzte Mal im Chummy Chicken gesehen. Er hat wohl dort gearbeitet. Das könnte ein guter Ausgangspunkt für dich sein. Was ist mit dem denn los? Cole, bist du da? Hi, Trish. Es wird immer schlimmer hier. Die Leute sterben und ich kann nichts tun. Ich muss einen Bus nach Bayview nehmen und dort nach Vorräten suchen. Ich kam durch den Tunnel. Er ist zerstört. Die Zugbrücke über dem Stone Canal auch. Erinnerst du dich an Roger Miller von Amys Abschlussfeier? Er ist Bauingenieur und hat mit meinem Vater gearbeitet. Er könnte helfen, die Brücke zu reparieren. Er wohnt beim Valentine Park. Ich werde ihn suchen. Okay, wir könnten also die Brücke reparieren. Das wäre natürlich mal eine Idee. Alter, wir können gleiten. Dann können wir jetzt hier noch viel, viel besser von Dach zu Dach springen und so weiter. Wir müssen doch nicht jedes Mal wieder runter und dann wieder ganz hochklettern und was weiß ich. Das ist die bislang beste Fähigkeit. Das sage ich bei jeder, die wir jetzt momentan kriegen. Aber es ist auch so. Es wird immer besser und wir haben einen neuen Energiepunkt da oben. Batteriekern heißt der. Und wir haben jetzt zwei Hauptmissionen. Tatsächlich. Einmal die Satelliten... Ne, einmal ein alter Freund. Das ist dann der Auftrag von Sieg wahrscheinlich. Ne, das ist Siegsbitte. Dann ist das hier der Auftrag von Trish. Nehmen wir gleich ein, zwei, drei, vier Nebenmissionen. Dann starten wir mal mit der, aber im nächsten Part. Ich hoffe auf jeden Fall, den Spaß schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen.